Für Frieden und Völkerfreundschaft, seid bereit! Immer bereit! Kanzen, Kinder! Konzen! Auf die Freiheit der Völker! Auf die Freiheit! Gestern Nacht mussten die aufständischen Ungarn in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen. Hört mal alles! Wir machen eine Schweigeminute. Den Angedenken der gefallenen ungarischen Genossen. Ich bin's jetzt völlig gut. Ich will wissen, was hier gespielt wird. Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt. Warum habt ihr geschwiegen? Ihr habt euch als Freidenker zu erkennen gegeben. Nun, ihr seid jetzt Staatsfeinde. Volksbildungsminister Lange Persönlich ist heute unser erst. Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Rädelsführer. Ansonsten wird die gesamte Klasse vom Abitur in der ganzen Republik ausgeschlossen. Wir halten hier alle zusammen, dann können die uns nix. Du wirst den nicht wegen sowas deine Zukunft versauen. Der Teufel weiß, wo die Seelschicht schon aufhört. Sag's mir jetzt, wer diesen ganzen Kram angezettelt hat. Jetzt verdammt doch mal! Wir waren die Rädelsführer. Wir wollen uns gegeneinander ausspielen, ist doch klar. Wir haben den Verratflugschirm! Ich! Ich brauche einen Namen. Nur einen. Ich! 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 Ich!